Dann rufe ich auf den nächsten Punkt, Tagesordnungspunkt 33, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Aktuelle Stunde Landesstiftung Miteinander in Hessen muss nach dem Gebot von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Transparenz geführt werden. Darf kein Prestigeprojekt der Hessischen Landesregierung sein, Drucksache 193770. Beginnt die Frau Kollegin Alex, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne mit einem Zitat des Ministerpräsidenten Volker Bouffier von Ende 2014. Die Gründung unserer Landesstiftung war für mich eine Herzensangelegenheit. Nach drei Jahren hat Miteinander in Hessen schon viel in unserem Land bewegt. Das ist eine sehr feine Ironie. Denn damals haben das natürlich nur diejenigen verstanden, die wussten, dass die Stiftung in einer katastrophalen Lage ist. Und erst heute, nachdem durch eine Anfrage der SPD-Fraktion zutage gekommen ist, dass die Situation eben so ist, wie sie ist mit dem Missverhältnis von Förderung und Verwaltungsaufwand, mit der Personalfluktuation usw. Erst heute können wir alle diese Ironie würdigen. Applaus Die Landesstiftung hat natürlich viel bewegt. Sie hat Steuergelder bewegt. 17 Millionen Kapital, jedes Jahr 1 Million operativer Mittel, jedes Jahr 200.000 Euro Zugriff auf Sach- und Personalkosten. Behalten Sie das bitte im Hintergrund, wenn Sie nachher hören, was für großartige Förderungen damit gemacht werden. Sie hat auch jede Menge Personal bewegt, weil sich herausgestellt hat, dass das CDU-Parteibuch als alleinige Qualifikation für die Leitung der Stiftung dann doch nicht ausgereicht hat. Sie hat sich selbst bewegt, nämlich von der Staatskanzlei ins Schenksche Haus. Die Stadt Wiesbaden freut sich jedes Jahr im Jahr 2015 allein 45.000 Euro Miete und Nebenkosten auf zwei Etagen für anderthalb bis zwei Leute. Sie hat natürlich auch 2013, als sie in der Öffentlichkeit noch gerne aufgetreten ist, was sie jetzt ja weniger tut, vielleicht den einen oder anderen Wähler im Wahljahr für dieser herzensguten Landesregierung überzeugen können. Was sie nicht bewegt hat, ist der Bürgerbus in Bad Homburg, Entschuldigung, in Homberg, in Homberg-Öfze. In Homberg-Öfze hätte nämlich vor den Sommerferien der Bürgerbus fahren sollen. Aber da das Geld von der Stiftung einfach nicht kommt, steht der Bürgerbus in Homberg-Öfze eben auch noch still. Im Jahre 2015 hat sie dann die nächste Schwierigkeit, sie hat nämlich das Stiftungsvermögen nicht erhalten können. Sie hat es real nicht erhalten können, das wäre für den Landesrechnungshof eigentlich schon von großem Interesse. Sie hat es aber auch nominal nicht erhalten können. Und das verstößt gegen das Stiftungsgesetz. Ein Gesetzesverstoß, der folgendermaßen begründet wird. Momentaufnahme. Sie kommen mir vor wie ein notorischer Raser, der jedes Mal, wenn er geblitzt wird, sagt, ich fahre eigentlich ganz ordentlich und dieses Beweisfoto ist ja nur eine Momentaufnahme. Jetzt wollen Sie Transparenz schaffen. Aber die Transparenz ist nur eine Transparenz der Worte. Denn wir haben eine Große Anfrage, deren Beantwortung wäre Ende dieser Woche fällig geworden. Die ist verschoben auf Ende November. Deswegen haben wir nämlich heute eine Aktuelle Stunde. Sie wollen keine Transparenz schaffen. Nein, Sie beklagen vielmehr genau die Sachen, die Sie selber eingerichtet haben. Zum Beispiel das große, prominente Kuratorium. Sie beklagen Voraussetzungen, mit denen Sie geworben haben, nämlich die Zustiftung von Dritten, die nicht kommen, oder die niedrige Rendite. Das haben Sie zu verantworten. Deswegen, meine Damen und Herren, fordern wir Sie auf, zeigen Sie wirklich Transparenz bei der Stiftung. Gehen Sie mit der Herzensangelegenheit des Ministerpräsidenten ordentlich um. Verpassen Sie der Herzensangelegenheit einen Herzschrittmacher. Und wenn Sie die Herzensangelegenheit auch zu einer Verstandesangelegenheit machen, dann sind wir zufrieden. Dankeschön. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Frau Kollegin Alex. Nächste Wortmeldung ist der Kollege Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! So genüsslich habt ihr es jetzt nicht mit mir. Sie müssten ein bisschen nüchternere Daten und Fakten zur Kenntnis nehmen. Aber ich versuche, wenigstens inhaltlich dort anzuknüpfen, wo Frau Alex stehen geblieben ist. Dem Titel der Aktuellen Stunde der SPD-Fraktion ist sicherlich uneingeschränkt zuzustimmen. Die Landesstiftung Miteinander Hessen muss nach dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Transparenz geführt werden und darf kein Prestigeobjekt der Hessischen Landesregierung sein. Allein der Hinweis, dass die Stiftung nach dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen ist, ist eigentlich nichts als eine Selbstverständlichkeit, zumindest sofern man sich an die geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften hält. Dabei muss man allerdings erhebliche Zweifel haben. Denn die Stiftung Miteinander Hessen gesteht mittlerweile unumwunden zu, dass ihr gegenwärtig nicht einmal gelingt, ihr Stiftungsvermögen zu erhalten. Da reicht es auch nicht, dass die Stiftung darauf hinweist, dass dies vor allem aufgrund der Bewertung von Vermögen – Frau Alex hat darauf hingewiesen – zu einem Stichtag beruht. Denn generell stellt sich die Frage, ob Stiftungen des Landes überhaupt haushaltsrechtlich zulässig sind. In der Schriftenreihe des Hessischen Rechnungshofes ist dazu im Band »Wirtschaftlichkeitsgrundsatz im Haushaltsrecht« ein Aufsatz erschienen, aus dem ich kurz zitieren will. Nur wenn es gelingt, zusätzliche Mittel von privater Seite einzuwerben, kann die Stiftungslösung unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten günstiger sein. Wohlgemerkt kann. Bei der Stiftung Miteinander gibt es aber schlicht keine privaten Zustiftungen, sprich, sie ist nicht günstiger. In der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Kollegin Alex zu verschiedenen Stiftungen heißt es auf der Frage nach privaten Zustiftungen – ich zitiere – Zustiftungen gab es bisher noch nicht. Hierfür wurden seitens der Landesstiftung Miteinander in Hessen aber auch keine Mittel aufgewendet. Angesichts des Anhaltens niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt sind Zustiftungen vor allem aus der Sicht von Stiftern nicht attraktiv. Schon der Aufwand zur Gewinnung von Stiftungen wäre derzeit höher als der zu erwartende Ertrag. So weit das Zitat. Anders ausgedrückt sieht die Landesregierung selbst die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Verwendung der Landesmittel bei den Stiftungen, wie sie der Rechnungshof beschreibt, überhaupt nicht als erfüllt. Die Verwendung von Landesmitteln für die Stiftung Miteinander ist insofern also nicht mit den einschlägigen Regelungen des Haushaltsrechts vereinbar. Dazu kommt aber auch noch, dass die Stiftung immer offensichtlicher zum Nebenhaushalt der Staatsanlei gemacht wird. Denn mit einer umfassenden Satzungsänderung wird nun bei der Stiftung Miteinander die Kontrolle über die Mittelverwendung ganz wesentlich durch einen geschäftsführenden Vorstand und einen Stiftungsrat angesiedelt. Beide Gremien werden nur von der Landesregierung benannt und abgerufen. Alles, was in der Stiftung passiert, wird also wesentlich von der Landesregierung bestimmt. Mit dieser Satzungsänderung ist aber auch klar, dass es bei der Stiftung nicht mehr darum geht, eine breite zivilgesellschaftliche Beteiligung sicherzustellen. Hier geht es eher im Stile lupenreiner Demokraten darum, einen Schattenhaushalt zu führen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dafür kann und soll Landesgeld nicht verwendet werden. Wenn Sie also wollen, dass das ehrenamtliche Engagement gefördert wird, dann gehört das in den Landeshaushalt. Dann können wir auch hier jeweils darüber verhandeln, wie Steuergeld verwendet wird. Dies kann ganz ohne die intransparente Stiftungslösung geschehen, die nur dazu dient, möglichst schöne Bilder mit dem Leiter der Staatskanzlei zu liefern und bezahlte Geschäftsführerposten zu schaffen, bei denen sich auch die Frage stellt, inwieweit die Besetzung aufgrund der fachlichen Eignung erfolgt oder ob nicht doch eine gewisse politische Nähe zu Teilen der Landesregierung entscheidend ist. Ich fordere Sie daher auf, die Aufgaben der Stiftung wieder in den Landeshaushalt zurückzuholen und die Stiftung aufzulösen. Auch die Verquickung unterschiedlicher Aufgaben in der personellen Struktur der Stiftung Miteinander würde dann sicherlich kein Problem mehr darstellen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege van Ooyen. – Nächster Redner ist der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Landesstiftung Miteinander in Hessen beschäftigt sich seit geraumer Zeit fast nur noch mit sich selbst. Sie kann auch deshalb ihrem Aufgaben nur bedingt gerecht werden. Jetzt kommt sicherlich durch die Beantwortung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD weitere Selbstbeschäftigungsarbeit auf die Stiftung zu. Die Stiftung zeichnet sich leider in den letzten Monaten oder vielleicht auch schon eineinhalb Jahren dadurch aus, dass es Umsetzungen, Absetzungen und Rücktritte gibt – der Geschäftsführung, Vorstand und im Kuratorium. Leider zeichnet sich die Stiftung in den letzten beiden Jahren auch dadurch aus, dass in dem einen oder anderen Gremium, insbesondere im Kuratorium, die Beschlussfähigkeit einmal da ist und die Beschlussfähigkeit einmal nicht da ist. Das merkt man darin, dass Sitzungen dann entweder wieder abgerufen werden, das merkt man daran, dass es Umlaufbeschlüsse geben muss. Das merkt man auch an dem Diskussionsstil und der Diskussionsart innerhalb der Gremien. Das hat sicherlich viele Gründe. Ich will als einer der Mitväter sehr deutlich ein kleines Maß an Schuld auf mich nehmen. Die Struktur hatte von Anfang an einen Konstruktionsfehler – mindestens einen Konstruktionsfehler – das war gewesen, ein Kuratorium zu berufen. Ich komme gleich dazu, was das für Kriterien bei der Berufung des Kuratoriums waren – und auf der anderen Seite diesem Gremium die abschließende Aufgabe, der Finanzverfassung und Finanzverwaltung zu übertragen. Damals – und dass das damals eine Herzensangelegenheit von Volker Bouffier gewesen ist – kann ich nur bestätigen. Damals wurden für das Kuratorium Persönlichkeiten gesucht, die mit ihrem Namen, mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Engagement das Ziel der Landesstiftung Miteinander in Hessen repräsentieren können, ausbauen können, Netzwerke bauen können. Aus diesem Grunde sind z. B. die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch und Hans Eichel berufen worden. Wohl wissend, dass diese Herren nur bedingt dazu zu überreden sind, an einer Kuratoriumssitzung teilzunehmen. Genauso ist es und war es auch bei Rudi Völler. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Rudi Völler macht eine ganze Menge für die Landesstiftung Miteinander in Hessen. Aber Rudi Völler zu überzeugen, aus Leverkusen zu einer Kuratoriumssitzung nach Wiesbaden-Staatskanzlei zu kommen, ist mindestens einmal schwierig. Deshalb ist es auch fast noch nie gelungen. Ich mache das ganz bewusst. Der Zwischenruf war einfach gut. Aber, liebe Kollegin, bitte wieder herunterdimmen. Es ist viel ernster – das hat mir auch ein bisschen an Ihrem Beitrag nicht gefallen –, als es nur zu karikieren. – Ja, es ist nun einmal so. Beschäftigen Sie sich damit, Herr Rudolph. Dann werden Sie das auch merken. Gerade Sie, die sich sonst immer so engagiert mit den Themen auseinandersetzen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich glaube, wir glauben, diese Konstruktionsfehler müssen beseitigt werden. Ja, es muss eine Satzungsänderung geben. Ich warne davor und habe das auch öffentlich angekündigt, und auch öffentlich. Ich werde der Satzungsänderung nicht zustimmen, wenn die Möglichkeit in der Satzung weiterhin eröffnet wird, so wie es geplant ist, dass die Geschäftsführung auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzender sein kann. Das passt nicht zusammen. Da gibt es ein Machtzentrum zu wenig. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Ich will Ihnen aber auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mich so einiges stört, wie in dieser Stiftung gedacht wird. Ich habe mir in der letzten Quarturmssitzung mehrfach anhören müssen, dass es eigentlich, über Spitze jetzt polemisch, störend sei, dass man sich im politischen Umfeld bewege. Dann kämen natürlich auch kleine Anfragen heraus, und dann kämen Berichterstattungen z. B. von Herrn Bebenburg und anderen in den Zeitungen heraus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stiftung verwaltet ausschließlich Steuergelder. Deshalb hat sie sich natürlich im politischen Umfeld zu bewegen. Ob es wirklich klug ist, diese Stiftung zu erhalten, wo es keine Zustiftung außerhalb des Staates gibt, das stellen wir Liberale ebenfalls infrage. – Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. – Das Wort hat der Kollege Klaus-Peter Müller, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei dem einlernenden Redebeitrag muss man zumindest ein bisschen gut gelaunt werden. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde setzt voraus, dass man davon ausgehen kann, dass bei dem Thema Aktuelles und Neues geschehen ist. Wenn ich aber die alte Rede von Frau Alex gelesen habe und gehört habe, was Sie jetzt zum Besten gegeben haben, stelle ich fest, allzu viel Neues gibt es ja gar nicht. Sie berufen sich auf Kritik des Landesrechnungshofs. Sie berufen sich auf Zahlen, die so gar nicht mehr aktuell sind. In einem Punkt sogar haben Sie eine falsche Zahl benutzt. Auch das können wir gerne einmal sagen. Insofern lässt sich schon die Frage stellen, ob wir für dieses Thema heute tatsächlich eine Aktuelle Stunde brauchen. Herr Rudolph, Sie müssen doch nicht so schreien. Wenn Sie schlecht gelaunt sind, lassen Sie es bitte nicht an uns aus. Wir wollen doch nur versuchen, hier wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wir können uns ja einmal generell überhalten, was eine Stiftung eigentlich bewirken soll. Wir können da einen Maßstab anlegen, ob auch die Stiftung miteinander in Hessen in der Lage sein wird oder in der Lage ist schon, diese Kriterien zu erfüllen. Was soll eine Stiftung bewirken? Sie soll die Gemeinschaft fördern, sie soll Engagement zusammenführen, unterstützen helfen, sie soll initiieren und sie soll mit dem Geld, was zur Verfügung steht, hier und da auch Projekte begleiten und stärken. 70 Projekte, knapp 2 Millionen € in diverse Projekte ausgeschüttet. Ich finde, der Zweck wird von der Stiftung erfüllt. Wenn Sie generelle Kritik an der Stiftung hier vortragen, das ist Ihr gutes Recht, dann wäre ich neugierig, ob Sie den vielen Institutionen, Vereinen, Verbänden und Initiativen auch ins Gesicht sagen wollen, vielleicht direkt nach dem Geld gekommen ist, um sehr schöne Sachen zu fördern, dass Sie gegen diese Stiftung in der Art sind, dass Sie infrage stellen, ob wir eine Sinnhaftigkeit sehen. Ja, so ehrlich muss man schon sein. Sie können nicht hier die Backen aufpusten und sich darüber beschweren, dass die Stiftung viel Geld ausgibt – übrigens sehr schöne, sehr gute Sachen – und gleichzeitig so zu reagieren, wenn ich vorschlage, gehen Sie hin zu den Empfängern und schlagen Sie das dort einmal vor. 2014 – da haben Sie recht – hat die Stiftung, wie übrigens vieles, was neu initiiert wird, Anfangsschwierigkeiten gehabt. Darauf beruht ja auch diverse Hinweise. Wenn Sie sagen, es wird versucht, irgendetwas zu vertuschen, – wir haben mittlerweile vier große und kleine Anfragen gehabt, immer zum gleichen Thema – und das Ganze innerhalb von eineinhalb Jahren. – Nein, das ist nicht logisch. Sie scheinen nichts anderes zu haben, Herr Rudolph. Sie reiten immer auf dem Gleichen herum. Die Fakten bewegen sich weiter, aber Ihre Fragestellung und Ihre humoristischen Einlagen verändern sich nicht. Wir haben zu Beginn in der Tat Herausforderungen gehabt, und das mag vielleicht auch daran liegen, was Herr Kollege Hahn angedeutet hat, die aber – da muss man das auch wieder in einen Kontext stellen – mittlerweile beseitigt wurden. Organisatorische Umstrukturierung, eine andere Art der Buchführung, die Bilanzierung, die Rechnungslegung, die Personalstruktur wurde überdacht, die gemietete Fläche wurde halbiert. Das alles vor dem Hintergrund, dass das eine Divergenz zwischen den Projektmitteln und den sogenannten Verwaltungskosten war. Frau Alex, wenn Sie heute sprechen, dass 200.000 € nur für Personal ausgegeben wird, dann muss ich feststellen, dass 160.000 € Verwaltungskosten für Personal, für alles, was drumherum ist, der gesamte Backofficebereich, der gesamte Struktur, für den Sitz steht gegenüber 990.000 € Fördermittel für Projekte, eigene wie auch Fremde, im gleichen Jahr. Ich finde, hier geht die Schere sehr wohl zusammen. Wir sollten die Kirche deshalb ein bisschen im Dorf lassen. Ich finde, auch das Einzige, das Hauptsächliche, was die Stiftung endlich einmal verdient hat, ist ein bisschen mehr Ruhe. Lassen Sie sich doch die Stiftung einfach einmal entwickeln. Lassen Sie arbeiten. Lassen Sie Ihren Stiftungszweck erfüllen, nämlich Gelder dorthin zu geben, wo Gemeinsamkeit gefördert wird und wo die Gesellschaft mit entsprechenden Mitteln flankiert werden kann. Meine Damen und Herren, Hessen ist das Stiftungsland Nr. 1, und das soll auch so bleiben. Dazu stehen wir auch. Wir lassen uns von Ihnen auch den Stolz darauf, dass Hessen so gut aufgestellt ist, nicht durch immer wiederkehrende Wiederholungen der gleichen Fragen kaputtreden. Das hat die Stiftung nicht verdient. Das haben die Ehrenamt nicht verdient. Zuallerletzt haben es die Menschen verdient, die davon profitieren, dass es die Stiftung in Hessen miteinander gibt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Diese Stiftung tut Gutes für dieses Land. Wer für dieses Land etwas Gutes tut, ist gut für Hessen. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 und des Abg. Michael Boddenberg Vielen Dank, lieber Kollege Klaus-Peter Möller. – Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Titel dieser von der SPD beantragten Aktuellen Stunde lautet »Die Landesstiftung Miteinander in Hessen muss nach dem Gebot von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Transparenz geführt werden und darf kein Prestigeprojekt der Hessischen Landesregierung sein.« Meine Damen und Herren, ich könnte jetzt fast anmerken, dass es mir ein bisschen peinlich ist. Aber schon der Kollege Willi van Ooyen hat dem zugestimmt. Ich kann nur sagen für die GRÜNEN, wir können dem auch ohne Weiteres zustimmen. Dieser Satz ist richtig. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 und des Abg. Frank-Peter Kaufmann Wenn man es genauer betrachtet, ist dieser Satz allerdings die Formulierung einer Selbstverständlichkeit, nämlich des sparsamen und transparenten Finanzgebarens. Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 des Abg. Frank-Peter Kaufmann Dann kommt aber zwangsläufig die Frage, was der Ausdruck einer Selbstverständlichkeit für eine Aktuelle Stunde von Bedeutung hat. Man fragt sich das nämlich umso mehr, als wir dieses Thema im Februar dieses Jahres, also noch nicht so lange her, im Plenum bereits ausführlich diskutiert haben. Damals wurde dasselbe dargestellt, was heute wieder Thema ist, nämlich dass die Stiftung Miteinander in Hessen einen Prozess eingeleitet hat, um sich in ihren Strukturen neu aufzustellen. Wir haben damals festgestellt und können heute feststellen, auch nach dem Stand der Debatte, das war und ist geboten. Die Gründungsphase ist abgeschlossen. Es wurden einige Probleme identifiziert. Deswegen ist jetzt in der Tat eine Neuaufstellung angesagt. Meine Damen und Herren, soweit mir bekannt ist, ist dieses Verfahren noch im Gange. Es gab eine Kuratoriumssitzung, wo das erörtert wurde, wo grundsätzlich die Weiterentwicklung begrüßt worden ist. Aber es stehen noch Fragen offen. Sie haben Ihr Stimmverhalten an einer bestimmten Stelle markiert. Ich kann einmal sagen, wir wollen den Prozess konstruktiv begleiten und mithelfen, die Anlaufschwierigkeiten endgültig zu überwinden. In diesen Fragen sind wir durchaus offen. Es sollte eine Lösung gefunden werden, die möglichst breit getragen wird. Meine Damen und Herren, darüber hinaus lautet die Parole, die Stiftung wird sich zukünftig stärker auf eigene Projekte fokussieren. Das finde ich bei der Betrachtung dessen, was bisher inhaltlich geschehen ist, durchaus nicht falsch. So weit, so gut zu dem Verfahren. Meine Damen und Herren, es ist bereits erwähnt worden, dass die Kolleginnen und Kollegen hier im Hause nicht geruht haben, in Form von kleinen und großen Anfragen. Ich erlaube mir schon die Anmerkung, Stichwort, warum heute aktuell, wenn die ganz große Anfrage mit 38 Fragen der SPD noch nicht beantwortet ist. Die Frist ist noch nicht abgelaufen. Jetzt haben wir gehört, es ist um Verlängerung gebeten worden. Aber wenn man wirklich um die Sache diskutieren will, dann sollte man sich doch die Fakten erst einmal präsentieren lassen und dann darüber reden und nicht auf Form von Einschätzungen, über die es durchaus unterschiedliche Informationen geben kann. Meine Damen und Herren, anmerken an den ganzen kleinen und großen Anfragen muss ich allerdings, dass hier das Informationsbedürfnis der Fragesteller sich wesentlich auf quantitative Aspekte bezieht. Das ist richtig und notwendig. Es darf aber nicht alles sein, denn es geht auch um die inhaltlichen Fragen. Die sind das eigentlich Spannende. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, deshalb haben wir aus grüner Sicht zwei Kritikpunkte vorzubringen. Das eine ist, es wäre sinnvoll gewesen, sich erst einmal die Daten und Fakten vollständig präsentieren zu lassen. Das heißt, die Antwort auf die Große Anfrage abzuwarten. Das sage ich natürlich, obwohl die Kollegin Alex es erneut versucht und nicht ganz erfolglos versucht hat, ihre kabarettistischen Talente zur allgemeinen Erheiterung zur Geltung zu bringen. Allerdings sei mir gestattet, und bei dieser Vorgehensweise der SPD muss man anmerken, ob damit die Behandlung der Sachverhalte wirklich bei Ihnen im Fokus steht. Da beginne ich zu zweifeln. Der zweite Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass wir bei Betrachtung der Stiftungsaktivitäten, und das gilt nicht nur für diese Stiftung, nicht nur für Finanzierungsfragen, sondern auch für die inhaltlichen Zweckbestimmungen und die dazu gehörenden Maßnahmen uns genauer angucken müssen. Deswegen sollten wir auch konkret die Berichte der Stiftung betrachten und nicht nur ausschließlich die Finanzen, die immer wichtig bleiben, keine Frage, aber Sinn und Zweck der Stiftung gehören mit ins Bild, sonst wäre man zu kurz gesprungen. Insoweit gehe ich davon aus, dass wir spätestens nach vorliegenden Antwort auf die Große Anfrage erneut eine dann hoffentlich breit auf faktenbasierende lebhafte Diskussion hier im Hause haben werden. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. – Das Wort hat der Staatsminister Wintermeyer. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Interesse an der Landesstiftung Miteinander in Hessen ehrt uns. Ich hoffe, dass am Ende Ihr Interesse auch wieder in eine konstruktive Unterstützung mündet. Lassen Sie mich aber zu Beginn kurz Stellung nehmen zu der Behauptung, die Landesstiftung Miteinander in Hessen sei ein Prestigeprojekt der Landesregierung. Ja, wir sind stolz auf das, was die Stiftung unter den gegenwärtigen Bedingungen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements leistet. Ja, wir halten die Arbeit der Stiftung auch in Zukunft für immer bedeutsamer. Wenn diese Arbeit auf kurzfristige politische Parolen, Stichwort Prestigeobjekt, reduziert wird, ist das auch ein Schlag in das Gesicht all derjenigen Ehrenamtlichen, die mit Unterstützung der Landesstiftung Projekte und Initiativen auf den Weg bringen und, wie hoffentlich von uns allen gewünscht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Die Landesregierung fördert Projekte, die dem bürgerschaftlichen Engagement vor Ort dienen, auch wenn sie staatliches Handeln nicht ersetzt und auch nie ersetzen sollte. So bringt sie sehr viel Wertvolles auf den Weg, etwa im Bereich der Daseinsvorsorge oder bei grundlegenden gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und dem Thema Integration von Flüchtlingen. Dafür machen wir als Landesstiftung Werbung. Ich möchte nur vier von über 70 Beispielen nennen. Das Projekt Barfußschule für Flüchtlingskinder in Erstaufnahmeeinrichtungen mit dem ASB-Landesverband gäbe es ohne die Landesstiftung nicht. Die Gründung eines ehrenamtlichen Hospizdienstes mit dem Malteser Hilfsdienst in Frankfurt. Das Projekt Lachen verbindet Generationen mit dem Verein Die Klauendoktoren und die angekommenen Perspektiven für Flüchtlinge in Wiesbaden mit dem hiesigen Freiwilligenzentrum. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, braucht die Stiftung eine angemessene Ausstattung und Strukturen, die funktionieren. Sie muss auch bei Veränderungen lernfähig sein. Daher hat die Landesstiftung nach dem Ende der Aufbauphase ihre Arbeit und Struktur evaluiert und gehandelt. Ziel war es und bleibt es, die Landesstiftung in ihrer Wirkung weiter zu stärken und auch unter den Bedingungen eines volatilen Kapitalmarktes zukunftsfähig aufzustellen. Das meine ich, ist gelungen. Lassen Sie es mich auch in Zahlen ausdrücken. Im Jahr 2015 hat die Landesstiftung Miteinander in Hessen rund 995.000 € für Projektarbeit eingesetzt. Seit ihrer Gründung wurden in Erfüllung des Stiftungsauftrags über 70 Projekte gefördert und drei Eigenprojekte initiiert bzw. entwickelt. Hierfür wurden seit der Gründung insgesamt 2 Millionen € aufgewendet. Aber, meine Damen und Herren, bürgerschaftliches Engagement bedarf mehr als nur finanzielle Unterstützung. Die Landesstiftung sieht ihre Aufgabe nicht primär darin, finanzielle Mittel im Land zu verteilen, sondern sie sieht ihre Aufgabe auch darin, den ehrenamtlich Engagierten zugleich fachliche Unterstützung bei der Realisierung ihrer Vorhaben anzubieten. Der Bus wird auch dort kommen. Das kann ich Ihnen versprechen. Die Quandt-Stiftung und die Landesstiftung werden Ihnen dieses Jahr in jedem Fall noch zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, das leistet die Landesstiftung mit zunehmend großem Erfolg, die fachliche Unterstützung und auch die Realisierung von Vorhaben. Ich möchte nur an das Demografieprojekt Land mit Zukunft in sechs hessischen Kommunen mit über 110 runden Tischen, die stattgefunden haben, unter Etablierung einer Bürgerplattform oder die Flüchtlingshilfeplattform People Like Me erinnern, wo Angebot und Nachfrage nach Engagement passgenau zusammenfinden. Wie sieht es nun mit dem Kapitalerhalt und der Sparsamkeit aus? Ja, das Eigenkapital der Landesstiftung betrug Ende 2015 exakt 17,097 Millionen € und liegt damit knapp unterhalb des Stiftungskapitals in Höhe von 17,165 Millionen €. Frau Kollegin Alex, das ist aber ausschließlich auf eine stichtagsbezogene Betrachtung zum Jahresende, nämlich zum 31.12.2015, zu sehen, die in erster Linie auf eine konservative Bewertung von Finanzanlagen sowie den Abfluss von Mitteln zurückzuführen ist. Wenn sich die Kurswerte der Finanzanlagen der Landesstiftung wieder erholen, was per 1. September bereits der Fall ist, so ist davon auszugehen, dass dieser geringe Kapitalverlust zum Bilanzstichtag 16 wieder ausgeglichen wird. Schauen wir nun auf die Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten konnten von 360.000 € 2014 auf 310.000 € im Geschäftsjahr 2015 reduziert werden. Damit liegt die Verwaltungskostenquote im letzten Jahr bei unter 24 %. Meine Damen und Herren, das ist für eine junge Stiftung, die nicht rein fördernd, sondern auch operativ tätig ist, ein angemessener Wert. Konkret zur Transparenz noch, Herr Präsident, der Jahresabschluss 2015 ist für jedermann auf der Homepage, auch für Sie, Herr Schmitt, einsehbar. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Herr Rudolph, wir haben jetzt eineinhalb Mitarbeiter in der Landesstiftung, um das, was Sie wünschen, die Verwaltungskosten zu reduzieren. Anderthalb Mitarbeiter müssen die Projekte begleiten, müssen die Stiftung verwalten, müssen ihre Anfragen beantworten. Da müssen Sie sich notfalls auch ein wenig gedulden. Meine Damen und Herren, die Landesstiftung Miteinander in Hessen hat jede Unterstützung verdient. Denn es ist uns aller Ziel, das bürgerschaftliche Engagement und freiwillige private Initiativen in Hessen zügig und flexibel voranzubringen. Dazu braucht es nicht immer staatliche Hilfe. Ich würde mir mehr Miteinander in der Sache als Gegeneinander im Rahmen aktueller Stunden wünschen. Die Landesstiftung lädt Sie zu diesem Miteinander ein. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. – Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist der Punkt 33 besprochen. – Vielen Dank. – Vielen Dank. – Vielen Dank.